Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Shadow, vielleicht schon die finale Folge, wir wissen es noch nicht, wie spielen jetzt eine Sache von Leben und Tod einen, ein neuer Bosskampf. I am the last impediment that separates you from what you're looking for, William. Then, if in your heart of hearts you really want it, fight for it. Be a man and fight me. Und wie wir kämpfen werden, aber ich hab's dann dummes Gefühl, dass wir es nicht schaffen. Okay, er wandert hier also rum. Das heißt, was denn jetzt? Ich glaub, er zieht ihm Energie ab, kann das sein? Zerstöre es schnell seinen Eisblock, indem du ihm physischen Schaden zufügst. Okay. Dem Eisblock? Ähm... Ich hab grad keine Ahnung. Was muss ich machen? Wir ziehen ihm nichts ab. Die beiden machen hier auch nichts. Jetzt hat er sich zwar verkrümelt, aber ob das jetzt alles war, wage ich zu bezweifeln. Auf jeden Fall brauchen wir Doktoren, denn ich muss... Auf jeden Fall wieder meine Erinnerungen irgendwie aufheilen, aber das gibt hier zu wenig Punkte. Hoffentlich geht er da ran. Sieht ganz so aus. Oh, wir ziehen ihm ja gar nichts ab. Bis dahin. Geht ein paar Mal. Das war's für heute. Das wird ne scheiß Wunde, oh Mann. Oh, 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 die Kugeln, die Kugeln, die Kugeln. So, war das hier? Äh, nee. 40 Stück, verdammt. 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 Weil wir ihn... oh Gott Vielleicht ein siebentel abgezogen haben? Oh, what the fuck Das wird doch nichts Das wird doch nichts Wie soll ich den besiegen? Verdammt Ich glaube, solange er angreift, ist er nicht verwundbar Das heißt, ich müsste mehr Einheiten am Rand hinstellen Da ist er wieder so schnell abgezischt, warum? Okay, den Zauber muss ich jetzt wirken Okay, den Zauber muss ich jetzt wirken Ich will doch die Kugeln haben Ich will doch die Kugeln haben Show me, you have Gats Sicher jetzt erst Sicher jetzt erst Ah, die Kugeln Hab ich die mir überhaupt eingesammelt eben? Verdammt Die brauchen wir doch Ich vergesse es Fünfzehn, oh Gott Fünfzehn, oh Gott Fünfzehn, oh appetite Sehr gut Ich bin bereit Du Arsch Okay, überall die Hälfte down Oh ne, jetzt friert die Eono ein, ey Scheiße Ich hab grad mal Die Hälfte An Schattenkugeln wieder Oh Mann Oh, haut ruft da Oh, oh, das wird ne ganz knappe Sache Jetzt haut doch ruf Die machen ja gar nichts Was denn los? Äh Was denn das jetzt, bitte? Ich kann die auch nicht verkaufen Ich kann die nicht verkaufen Oh ne, jetzt ernsthaft Ich weiß nicht, was mit denen los ist Machen die jetzt wieder was, oder? Verdammt, ich kann die nicht verkaufen Was soll ich machen? Das wird nix mehr, das wird nix mehr Vielleicht hätte ich auf die Sonara verzichten sollen Und stattdessen Ballons aufbauen sollen Oh, gleich ist die Erinnerung weg Verflucht Und das war's Ich verstehe nicht, warum die Einheiten nicht mehr zuschlagen Und warum ich die da nicht ersetzen kann Oh, nein, nein, nein Gut, probieren wir's in der nächsten Folge nochmal Spitze bedanke mich Bis dann